Guten Morgen, Papa. Guten Morgen, Kinder. Papa Zähnenbach. Boah, pünktlich, auf die Minute genau. Das sind meine Kinder. Heute geht es in den Freizeitpark. Und, freut ihr euch? Ja! Hervorragend. So, jetzt aber ganz schnell ins Bad, Zähne putzen und dann geht's los. Ab geht's. Okay, Papa. So, auf geht's. Geht frühstücken. Ich mache euch eure Lunchpakete. Aber alle schon aufessen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Schatz, wir sind fertig. Boah, wunderbar. Ihr seid ihr soweit. Mama hat die Lunchboxen fähig gemacht. So, bevor es losgeht, Kinder. Wie lauten die Regeln? Wenn Mama und Papa bleiben. Ja. Nicht mit fremden Menschen reden. Und weiter? Immer zusammenbleiben. Großartig. So, los geht's. So, schön auf dem Kindersitz, ne? Und Anstall nicht vergessen. So, mal ziehe. Jaa! Das ist ein Deutsch. Das ist das ein Deutsch. Scheiße, diese Scheiße. Patma, mach ich ein Kaffee. Ich bin gut gespannt, Patma! Ja, Ahmed, ich mach ihn. Ich mach ihn! Er ist so volllehr. Te gucke doch mal! Was? ... Ausflug, ausflug, ausflug! Jalla, mach diese Jalla! Jena, Alman, Sarkon, diese Mädchen! Aufstehen! Jalla, aufstehen! Jalla, immer wollen Gürtel essen! Aufstehen, Kirmes! Raus! Diese scheiße Kinder, diese... Viele, viele... Fatma, was hast du getan mir angetan? Warum viele Kinder, warum? Du gehst nicht arbeiten, machen viele Kinder für Jobsetten! War nix meine Probleme! Jalla, mach ihn schneller, komm her! Ich warte im Auto! Jalala! Jalala, jala! Yeigha, Neman, ruben, rullen, B Mobile Barton, Bubo Barton! Yaa, Shaun! Jalala, roon! Jalala, jala, yalla... Barton Barton Barton! Brauen Porn, yayes Stakeen,Des Famesiveen! Brauen, Brauben, Rabbit, Jala Brauen Ice Stakeen! הח represents die Institute in Instagram! Und nicht auf andere Autos spucken, okay? So, zudecken, zudecken. Und nicht spucken auf andere Autos, okay? Birgit, machst du mal auf, bitte? Hi Birgit. Warte, wir sitzen ein bisschen zusammen. Ach, wen haben wir denn da? Hallo Markus. Na Liebes, alles gut bei euch? Ja, alles gut. Ich bin da eben bei Mama. Ja, tu das mal. Die Alte macht mich wahnsinnig. Und Markus, wie sind's? Jedes Mal dieselbe Rotze. Wie soll's denn sein? Ah, das wird schon, das wird schon. Du Markus, da ist so eine Sache, die ich gern mit dir besprechen würde. Ja, Junge, was liegt dir denn am Herzen? Was bedrückt dich? Ja, wie du weißt, bin ich ja schon seit sechs Jahren mit Jacqueline zusammen. Ja und? Erzähl was Neues. Und ja, zusammenwohnen tun wir auch schon seit vier Jahren? Ja, das weiß ich auch. Da hab ich sie schließlich vor die Tür gesetzt. Ja, stimmt. Jedenfalls wollten wir den nächsten Schritt wagen und heiraten. Ja gut, von mir aus, wird auch langsam mal Zeit. Hört sich gut an. Ja, perfekt Markus. Danke dir für deinen Segen. Ja Mensch, du, wenn der Ball erstmal rollt, dann muss er auch geschossen werden, ne? Ja, das stimmt Markus. Alles klar. Ich muss dann auch schon wieder los. Mach's gut. Ja, ja, mach du mal. Birgit, hast du gehört? Wir kriegen wahrscheinlich bald ein Enkelchen. Das ist ein Ding, oder? Wir nächsten Mal. Wie fünf Ich bin der Mora, ich bin der Mora, ich bin der Mora, ich bin der Mora. Papa, guck mal, wer ihr ist. Was ist? Was ist das, Freunde? Was machen? Ich gucke, was Polen, was sagen? Der ist nicht mein Freund, ich kenne den nicht. Der will um die Hand meiner Schwester anhalten. Was anhalten, Martin? Diese eine Haltestelle, diese andere Haltestelle, yalla. Nein, Baba, nicht Haltestelle. Um die Hand anhalten. Das heißt, er will unsere Schwester heiraten. Jo, meine Tochter, ey, Wallah, ja, Fatma, Sakrilbab, mach dir zu. Du wollen meine Diamante? Ey, Habibi, komm hier, sitzen, sitzen. Nein, 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 tut mir leid, ich geh schon wieder. Habibi, kommst du sitzen, was du denkst, du bist hier in den Supermarkt, du kommst hier rein, gucken und wieder gehen. Nein, 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 ich hab mich verstanden, das war falsch, ich wollte nach oben, meine Oma Blumen geben. Hallo, was du sagen, einen Moment, Habibi, sitzen, sofort sitzen. Was du denken, du bist jetzt im Käfig, komm und reden, komm, Habibi, komm und reden. Lack, yalla, sitzen, keine Angst, diese nichts benutzen, noch nichts benutzen. Einen Moment, ey. Lack, Hassan, Yusuf, tau, lau, tau, lau. Schofi, Baba. Wer bist du? Keine Angst, hier, keine Angst. Tau, tau. Äh, bitte, was passiert hier? Diese Jungen wollen eure Schwester haben. Schofi! Lack, yalla, Shabab, hoppi, hoppa, mach eine Analyse, Recherche, muss gucken, ob die so heute brauchen oder nichts. Schofi! Jalla, jungs, an die Arbeit. Eins, zwei, drei, hört ihr mich? Over, over. Hä? Wo bin ich denn hier? Bin ich eher da bei der FBI? Lack, schuh FBI, ich tun diese FBI in meine Tasche, ich Vater von FBI. Hä, wer seid ihr denn? Lack, Habibi, wir sind da klein. Der klein? Hä? Aywa, genau diese. Yalla, Shabab, anfangen machen Recherche. Hervorragend. Okay, Jungs, ran an die Arbeit. Yalla, Abu Aijan, geben Informationen bitte. Laut meiner Datenbank besitzt der Herr über 420.000 Euro auf seinem Konto. Ah, diese ist super, super. Oh, Moment, stopp. Wir haben ein Problem. Laut dem System der GPS-Koordinaten hast du dich am 26.02.2017 an der Johannisstraße aufgehalten. Nach meiner Recherche zu folgen befindet sich dort eine Diskothek. Over. Aywa, aywa, du geh in Disco-Misco. Hä? Disco? Ah, egal, egal, gleich reden nix jetzt, nix jetzt. Yalla, Abu Gesetz, geben du jetzt bitte Informationen. Laut dem Strafregister der Bundesrepublik Deutschland hat er zweimal gegen das Gesetz verstoßen. Einmal wegen einer Körperverletzung und das Jahr zuvor wegen eines Diebstahls. Ja gut, da war er aber noch minderjährig. Ah, Strafe, mal Strafe. Ah, ist der richtige Mann diese, ja? Egal, egal, egal. Daktor, bitte machen eine Analyse für mich bitte. So mein Lieber, dann checken wir mal die Gesundheit ab. Das geht ganz schnell. Einfach entspannt bleiben. Aha. Ja. Ja. Das war's auch schon. So. Laut meiner Diagnose hast du keine gravierende Krankheit. So mein Kleiner, die körperliche Leistung beträgt 80%. Deine Lebenserwartung schätze ich auf ca. 90 Jahre. Ah, dieses lange Leben gefallen mir super. Das kann viele Kinder machen für den Kleinen. Große machen später. Habibi, Analyse, Recherche ist okay. Okay, aber schon diese Disco-Mesco, was da machen Sachen? Onkel, ich war nicht feiern. Ich muss nur einen Freund abholen. Hm, Freunde abholen, ne? Einen Moment bitte. Aber hey Jet, gucken bitte. Überwachungssystem aktivieren. Okay, positiv. Laut einer Überwachungskamera hat er wirklich nur einen Freund abgeholt. Over. Okay. Aber Habibi, wo ist dein Vater? Denkst du auf diesen Spielplatz? Du kommst hier spielen? Tut mir leid, Anna. Aber leider bin ich ein Waisenkind. Ah, okay. Tut mir leid. Ich weiß nichts. Aber heute ist dein Vater. Okay. Was ist okay, Uli? Okay, Baba. Du bist ein Super-Dieser. Fatme! Mach ein Chai! Habibi! Deine Tochter wird bald heiratet! Endlich geht's in meinen Wohlverdienen-Urlaub. Maria, jetzt komm mal, mach mal hinne. Der Flieger kommt gleich. Ja, ich komm doch schon. Sag mal, hast du das Ding überhaupt gewogen? Das sieht mir aber verdächtig viel aus. Markus, ich hab das gewogen. Das sind 20,5 Kilo. Das wird schon passen. Das wird schon passen, bringt mich nicht weiter. 20 Kilo und nicht mehr. Das kostet eine Stange Geld am Flughafen. Boah, Markus, du stellst dich aber an hier. Komm, pack da mal ein paar Kilo Schminke raus, Ja, ich hab diese Bierbiiie Ja, 아이 hauур… Före nichts mit개? Una heilige Backお願いします. Ja, natürlich auf Versuchung. Ne? Macht das gym, Heimat Really? Das war er nicht nur die't ist, aber nochmal an seinem Hut, wie hat das Lal Planeten gemacht? Hamed, ich bin Hamed, alles viel, du bist, alles du ja! Lass mich, die Familie, ich bin die Manipulierung. Du bist du kaputt in Kauf. Schau diese Supermarkt? Wir bringen Hamed, Zucke, Mehl, Zäifel, schau diese? Ich bin Hamed, alles viel, du bist, du bist. Ich bin nicht die Zäifel und diese Brot von Deutschland hier. Was du denkst? Du gehörst dich auf die Gattes? Du denkst nicht drück Geldmaschine? Schau. Das ist alles, ich bin hier. Ich bin hier nicht, ich bin hier nicht. Schau, ich bin hier. Schau, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Du hast nicht auch die Tomaten in Haimath. Du hast du ein Stein in dein Kopf? Achmed, du bist immer nicht, du hast viele Tomaten in Europa. Was du denkst? Deine Haimath keine Erde, keine Boden. Diese Tomaten kommen von deinem Haimath, ja, Schau. Deutschland macht diese Impotieren. Du macht diese Exportieren, ja, Majnoune. Schau, Achmed, du machst meine Kopf kaputt. Dein Kopf schon von Erz, ich habe nicht geheiratet kaputt. Du brauchst noch eine Batterie da oben. Ja, ich habe nicht mehr. Du bist ja Fatma, ja Bahloule. Ja, schau, mach, mach! Du hast du mein Leben kaputt gemacht? Du wollen ganz deutschland? Du hast du nicht mehr transportiert! Wir brauchen eine andere Ausflüge. Die machen mich wahnsinnig. Mit fremden Menschen ohne sprechen. Ah, das wird schon. Du Markus, da ist so ne Sache, mit der würde ich gerne über dich, über die, na ich kann die nicht sagen. Habibi, komm und sitzen sofort, was du denkst, du bist im Supermarkt, da kannst du kommen und rein gehen und raus gehen und rein gehen. Bis zum nächsten Mal.